Mein Name ist Markus Striegel und herzlich willkommen zu www.saemesse-blog.de. Ich werde das Team rund um Alumni TV unterstützen und mich beweglich mit kleinen Geräten wie iPhones, Fotoapparaten und meiner Kollegin im Rücken als Redaktion über die Messe bewegen, damit ihr möglichst zeitnah und oft Beiträge über die Musikmesse und was auf der Messe los ist, lesen könnt. Schaut immer wieder mal rein. Ihr findet unsere Beiträge auch mittlerweile auf Facebook, auf Twitter. Wir haben versucht, alles Mögliche cross zu linken, wie man das heute so schön nennt. Und ich hoffe, dass ihr keinen unserer Beiträge hier verpassen werdet. Viel Spaß!